Musik Du weißt ja mittlerweile, es gibt nur ein Leben, das kann man nur als Künstler führen. Alle anderen sind Zwerge dagegen. Wenn du das nicht so begreifst und so auffasst, dann ist es kein Leben, dann ist es ein erbärmliches Vegetieren. Ich habe eine Bindung an Bienen, das war für mich immer eine Stadt der Freunde. Ich hoffe, dass es ein angenehmer und hoffentlich intelligenter Abend wird. Ich glaube, der Lübens ist auch so einer, der Wien sehr liebt. Ich fürchte, dass wir viel trinken müssen, mit Berufsrisiko ausgesetzt. Gut, dann wollen wir mal, ne? Hermann, guck, damit du neidisch willst. Ich habe ja wirklich ein gigantisches Werk hingelegt, aber das ist alles nicht genug. Ich glaube, dass ich so jenen Künstlern, die Aktionen machen und die Malerei aber nie verraten kann. Das ist erstaunlich, ja. Das hat man eine Christian-Albträume. Also schon so, also was ich beim frühen Expressionismus, da sind ja solche Sachen gesucht worden. Also wenn wir deformieren, so deformieren wir immer noch unter einem gewissen Gesichtspunkt der Harmonie. Ja, die Natur ist ja von einer ganz anderen Brutalität, ne? Der Picasso bringt die Lösung. Er ist der erste amerikanische Mal in Europa. Wenn Cézanne versteht, er bleibt europäisch. Er bringt das Geheimnis für die Kunst, ne? Nein, irgendwas stimmt das so. Da ist nichts dran. Da ist nichts dran, das ist so. Hermann, Gesetz. Hermann, ja, hier bin ich. Wir nehmen ein anderes Auto. Warum ist sie? Wir dürfen in diesem Auto nicht trinken, wir dürfen in diesem Auto nichts machen, da habe ich keine Lust zu. Das gibt es doch nicht. Geben Sie mir meine Sachen. Und wenn ich nichts trinken darf, warum soll ich dann im Auto fahren? Ich darf nicht rauchen im Auto, ich darf nicht trinken, aber warum soll ich dein Auto nehmen? Na, unglaublich so. Möchtest du was anderes sein? Nein, könnte ich gar nicht. Könnte ich gar nicht. Der bildende Künstler ist die Crème de la Crème und der Maler steht ganz oben. Maler ist was Gewaltiges. Maler ist was Gewaltiges. Maler ist was Gewaltiges. Maner ist was Gewaltiges. Keine des Zivarschufs Maler ist wie Gewaltiges. Vielen Dank.